Meg zahlte 495 Dollar für eine Nominierung bei den Realscreen Awards, nachdem Carrie Kennedy sie aus dem Ripple-Aufhob gestrichen hatte. Im Jahr 2024 haben Meghan und Harry gerade einen neuen Preis gekauft. Die Mockumentary ist für die Realscreen Awards 2024 nominiert. Ich habe noch nie von diesem Preis gehört, aber es scheint, dass dies ein obskurer Preis ist, also haben sie Meghan einen Platz verkauft, da sie ihre Namen mit den Halles verknüpfen wollten, um die Schlagzeilen zu beherrschen. Dies ist ein gewagter und riskanter Schritt, wenn sie sich in einen Skandal verwickeln. Laut ihrer Website sollen die Realscreen Awards herausragenden Inhalten aus der ganzen Welt Tribut, bei der weltweiten Feier der Exzellenz in Non-Fiction und ungescripteter Unterhaltung der Branche. Die 14. jährliche Zeremonie findet im Januar 2024 während der 26. Ausgabe des Realscreens Summit statt. Die Gewinner werden in 22 genre-spezifischen Kategorien ausgezeichnet, zusammen mit unseren Hauptpreisen der Exzellenz in den fünf Hauptkategorien, Wettbewerb, Lifestyle, Reality, Non-Fiction und Kurzform-Inhalte, sowie dem besten neuen Format und dem Preis für Vielfalt, Inklusion, Verantwortung, Chancen und Wachstum im Dialog. Eine Quelle von Insidern enthüllt, dass Meghan Markle insgesamt 495 US-Dollar ausgegeben hat, um für diesen Preis nominiert zu werden, die im Januar 2024 in New Orleans bekannt gegeben wird. Meghans Netflix-Dokuserie ist in der Kategorie Non-Fiction-Geschichte und Biografie nominiert, aber sie kann nur einen Platz auf der Nominierungsliste kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gewählt wird. Scott Evans, ein für den Emmy Award nominierten Unterhaltungsjournalist, Gastgeber von NBC Universals Access Hollywood und Access Daily mit Mario & Kit, wird die Reelscreen Awards 2024 moderieren. Und was ist mit den Oscars, dem Goldenen Löwen, den Golden Globe und den Emmys passiert? Sind sie zu teuer? Reichen die Herzöge nur aus, um Zugang zu niedrigeren Kategorien zu kaufen? Was für ein Witz! Sie geben einfach nie auf! Meghan musste diese fragwürdige Nominierung kaufen, weil der Hollywood-Kritics-Avot wegen Streiks verschoben wurde. Der Reelscreen-Avot ist kein Preis, der die Öffentlichkeit beeindruckt, und jeder in der Hollywood-Pia oder im Casting weiß, welche Preise gekauft werden können und wie viel sie kosten, daher wird sie sehr billig auf die Regisseure und andere wirken, der sie zu gewinnen versucht. Die Rippel-Kritics-Avot war eine neue Maßnahme, nachdem sie von den Ripple of Hope Awards 2024 von Carrie Kennedy entfernt wurde. Die Gewinner wurden bereits angekündigt. ShareCarrie 10 Enterprises und Elephant Health Archival wurden von der Ripple of Hope Website entfernt. Zu den früheren Gewinnern des Ripple of Hope Awards gehören Stacey Abrams, Amanda Gorman, der ehemalige Präsident Barack Obama, Adam Cook, Colin Kaepernick, Dolores Vera Dessentitu, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, der verstorbene Kongressabgeordnete John Lewis, Bono, Dr. Anthony Fauci, Sprecherin Nancy Pelosi, Robert F. Smith, George Clooney, der frühere Präsident Bill Clinton und der damalige Vizepräsident Joe Biden. Meghan und Harry wurden nicht einmal in der Liste erwähnt, obwohl sie früher Preise gewonnen haben. Das liegt daran, dass die Organisatoren nach dem Verkauf des Preises an die Halles boykottiert wurden und deshalb gezwungen waren, die Verbindung zu Meghan und Harry zu trennen. Im Großen und Ganzen hat die Menschenrechtsorganisation Ripple of Hope die Sussexes von ihren Social-Media-Konten gelöscht. Im letzten Jahr gab es mindestens zwei Beiträge über Meghan und Harry auf dem Twitter-Konto der Menschenrechtsorganisation Ripple of Hope. Jetzt gibt es keine mehr. Eine Suche nach ihren Namen und Sussex ergab keine Ergebnisse auf dem Instagram-Konto der Menschenrechtsorganisation Ripple of Hope. Ein Bild von ihnen ist in einem Beitrag über die Preisverleihung des letzten Jahres enthalten. In dem Beitrag werden keine Namen genannt. 300 Kommentare in dem Beitrag kritisieren Meghan und Harry für ihre Wohltätigkeitsarbeit.